Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Max und möchte euch heute etwas zur Gesundheitsförderung im Schulsport erzählen. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Sport gehört ohne Frage zu den beliebtesten und wichtigsten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen. Bereits in jungen Jahren können bei den Heranwachsenden über Bewegung, Spiel und Sport gesundheitsbezogene Einstellungen und Verhaltsmuster ausgebildet werden, die dann wiederum die Weichen für ein ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein im späteren Leben stellen können. Allerdings verfehlen nach den Ergebnissen der KICK-Studie ca. 78% der Mädchen und 70% der Jungen im Alter von 3 bis 17 Jahren die WHO-Bewegungsempfehlung von einer Stunde Bewegungszeit täglich. In diesem Zusammenhang wird häufig auch auf ein unangemessenes Ernährungsverhalten wie fehlendes Frühstück, der Konsum zuckerhaltiger Getränke oder eine hohe Kalorienaufnahme verwiesen. Auch chronische Erkrankungen wie beispielsweise Heuschnupfen, Neurodermitis, Asthma, psychische Erkrankungen sowie psychosomatische Beschwerden nehmen zu. Hierbei ist zu erwähnen, dass die gesundheitliche Situation der Kinder und Jugendlichen in hohem Maße von ihrer sozialen Herkunft abhängig ist. So wird davon ausgegangen, dass Kinder mit sozial niedrigerem Status auch einen schlechteren Gesundheitsstatus aufweisen. Da Kinder und Jugendliche bis zu 40 Stunden pro Woche in der Schule verbringen, ist es gerade dort wichtig, über einen gesunden Lebensstil aufzuklären und unter Berücksichtigung der pädagogischen Perspektive Gesundheit zu fördern und ein entsprechendes Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Wie man so ein gesundheitsförderliches Schulleben ermöglichen kann, erfahrt ihr hier in unserem Video. Herzlich Willkommen bei Sportdidaktik einfach erklärt. Zunächst sollten wir uns anschauen, was Gesundheit ist und was unter Gesundheitsförderung zu verstehen ist. Grundsätzlich wird Gesundheit in das biomedizinische und psychosoziale Gesundheitsverständnis unterschieden. Aus einer naturwissenschaftlich-medizinischen Perspektive umfasst das biomedizinische Gesundheitsverständnis das Risikofaktorenmodell. Das Modell beschäftigt sich mit der Frage, was macht ein Menschen krank, der Pathogenese, und erläutert Faktoren, die die Möglichkeit des vorzeitigen Auftretens bestimmte Erkrankungen erhöhen. Dies kann genetisch oder aber dem eigenen Lebensziel geschuldet sein. Ein Risikofaktor ist ein Faktor, dessen Abweichung von Normalwerten eine Gefährdung im Hinblick auf eine bestimmte Erkrankung anzeigt. Beispiele dafür sind Fehlernährung, Bewegungsmangel, Stoffwechselstörungen, Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht sowie Stress und Alkohol. Das psychosoziale Gesundheitsverständnis hingegen basiert auf sozialwissenschaftlichen Grundlagen und wird eher aus der Perspektive der Gesundheitswissenschaft betrachtet, die subjektiver geprägt ist. Hierbei steht das sogenannte Schutzfaktorenmodell nach Aaron Antonowski im Vordergrund, was auch als Salutogenesemodell bezeichnet wird. Es geht darum, die Widerstandsressourcen, die ein Mensch in stressigen Situationen benötigt, zu stärken. Dazu gehören personelle und soziale Ressourcen wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl sowie soziales Eingebundensein. Die primäre Frage ist demnach nicht mehr, warum erkranken Menschen, sondern warum bleiben Menschen trotz möglicherweise vorhandener Risikofaktoren gesund? Zudem versucht das Modell aufzuzeigen, dass die Wirkung dieser Schutzfaktoren durch die Einstellungen und Verhaltensweisen des Individuums maßgeblich beeinflusst werden können. Ein weiterer Punkt ist, dass Gesundheit und Krankheit im Salutogenesemodell nicht als gegensätzliche und sich ausschließende Größen betrachtet werden, sondern auf einem sogenannten Gesundheitskrankheitskontinuum angeordnet sind. Ein Mensch ist demzufolge mehr oder weniger gesund oder mehr oder weniger krank. Somit vereint dieses Modell sowohl objektive, biomedizinische als auch subjektive psychosoziale Faktoren miteinander und versucht beide Sichtweisen zu integrieren. Gesundheit ist zusammengefasst ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Allerdings ist solch ein Zustand vollkommener Gesundheit kaum zu erreichen. Gesundheit sollte deshalb nicht als ein Endprodukt, sondern als ein Prozess betrachtet werden, welcher durch objektive Bedingungen und subjektives Handeln gefördert werden kann. In diesem Sinne vertritt die WHO seit 1986 die Idee der Gesundheitsförderung. Dieser Prozess zielt darauf ab, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Ausgehend von diesem prozessorientierten Verständnis kann Gesundheitsförderung als Oberbegriff für alle auf das Beeinflussen des Gesundheitszustandes gerichteten, kurzfristigen oder langfristigen angelegten Maßnahmen verstanden werden. Das Konzept der Gesundheitsförderung im Sportunterricht nach Brottmann grenzt sich zunächst von einer einseitig biomedizinischen Sichtweise ab und bekennt sich zu einem Gesundheitsbegriff, der subjektive und objektive Faktoren integriert. Unter Bezug auf den Ansatz der Salutogenese sowie das umfassende Gesundheitsverständnis der WHO zielt das Konzept auf eine Gesundheitsförderung als Verhaltens- und Verhältnisprävention ab. Die Verhaltensprävention nimmt Einfluss auf das individuelle Gesundheitsverhalten durch Information, Übung und Training und zielt auf die Optimierung des menschlichen Verhaltens ab. Risiken werden vermieden und ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise soll geschaffen bzw. verbessert werden. Die personalen Ressourcen werden gestärkt. Es werden demnach gesundheitsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Für den Sport bedeutet dies konkret das Ausüben gesundheitsrelevanter Praktiken. Lehrkräfte können auf der motorischen Ebene zum Beispiel mit Yoga oder Ausdauerspielen zur Stärkung personaler Ressourcen beitragen. Auf psychosozialer Ebene ist eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung wichtig. Beide Ebenen beeinflussen sich gegenseitig und ihnen wird eine besondere Bedeutung im Sinne eines Empowerments zugeschrieben. Also dem Entwickeln und Stärken jener individuellen Kompetenzen, mit deren Hilfe die eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer positiv beeinflusst werden können. Bei der methodisch-didaktischen Umsetzung ist es nach Neuber wichtig, die Inhalte so methodisch zu inszenieren, sodass die Schülerinnen und Schüler selbstständig, entdeckend und problemlösend lernen. Hierbei können auch immer wieder Gruppenaufgaben eingesetzt werden. Es hat sich die folgende methodische Reihe bewährt, die beim Erleben junger Menschen ansetzt. Gesundheitsrelevante Erlebnisse können über reflektierte Auseinandersetzungen zu Erfahrungen gemacht werden und so schlussendlich im Sinne eines Transfers in das eigene Handeln übernommen werden. Damit wird zugleich der Altersbezug sichergestellt, sodass die Erfahrungen anschlussfähig an die Lebenswelt junger Menschen werden. In der Konsequenz können Kinder und Jugendliche über das entsprechende Wissen, Können und Wollen verfügen. Töpfer und Sigusch sprechen von einer sportbezogenen Gesundheitskompetenz. Diese ist gegeben, wenn Heranwachsende so handeln, dass sich ihre Tätigkeiten positiv auf ihre Gesundheit auswirken. Beckers hingegen spricht von einer Gesundheitsbildung. Die Leitete hierbei ist die Förderung der individuellen Selbstgestaltungsfähigkeit auf der Grundlage eines Gleichgewichts von Können, also den psychophysischen Voraussetzungen, sollen, den soziokulturellen Anforderungen und wollen, also den individuellen Zielen und Werten. Letztlich zielt der Ansatz damit auf die Fähigkeit ab, die eigenen subjektiven Wünsche und die vorhandenen Ressourcen mit den äußeren Anforderungen in Einklang zu bringen. Die Verhältnisprävention hingegen nimmt Einfluss auf die Gesundheit durch Veränderung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen, um diese möglichst risikoarm und gesundheitsförderlich zu gestalten. Das Ziel ist dabei die Erhaltung und die Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Im Klassenzimmer ist zum Beispiel ein rückengerechtes Mobiliar hilfreich. In der Mensa sollte ein gesundes und schmackhaftes Essen angeboten werden. Bewegung und Ruhe sollten in allen Bereichen des Schuldnehmens ermöglicht werden. So sollten zum Beispiel für die Pausen Möglichkeiten für Bewegung, Spiel und Sport, aber auch für Kommunikation und Rückzug geschaffen werden. Eine weitere Maßnahme zur Stärkung der Verhältnisprävention ist die Einführung eines Gesundheitstages in der Schule. Dieser widmet sich Themen wie beispielsweise der Stressbewältigung, des Ernährungsverhaltens, der Suchtproblematik und des gesundheitsorientierten Bewegungs- und Alltagsverhaltens. Sowohl die Verhaltens- als auch die Verhältnisprävention werden im Settingansatz der Gesundheitsförderung im Rahmen einer gesunden Schule vereint. Ziel ist die direkte und indirekte Einflussnahme auf die Gesundheit der Heranwachsenden in einem definierten Lebenskontext wie in diesem Fall der Schule. Dieser Ansatz nimmt also die gesamte Schule und auch den Schulsport in den Fokus. Es geht damit nicht nur um die Gestaltung einer gesundheitsorientierten Sportstunde oder eines bewegungsorientierten Schulhofes. Vielmehr durchzieht die Gesundheitsförderung die gesamte Schulorganisation und das soziale Umfeld der Schule. So wird dieses Konzept auch als umfassender Ansatz gesehen, welcher sich laut der WHO gegenüber den anderen Problem- und Verhaltensbasierten Ansätzen als erfolgsversprechend erwiesen hat. Gesundheit ist ein hoher individueller und gesellschaftlicher Wert. Dies zu sichern und zu fördern sollte ein vorrangiges Anliegen der allgemeinen Schule und speziell des Schulsports sein. Deshalb ist es wichtig und auch in der Verantwortung einer jeden Lehrkraft das Konzept der Gesundheitsförderung nicht nur im Sportunterricht, sondern im Rahmen einer gesunden Schule auf allen Schulebenen zu erfolgen und umzusetzen. Hierbei sollen zum einen die schulischen Verhältnisse gesundheitsbewusst gestaltet werden. Zum anderen sollen die Heranwachsenden zu einem gesunden Verhalten motiviert und befähigt werden. Dafür ist der Erwerb einer allgemeinen und sportbezogenen Gesundheitskompetenz bzw. Gesundheitsbildung hilfreich. Und nun seid ihr an der Reihe. Notiere, welche Maßnahmen der Gesundheitsförderung in deiner Schule ergriffen werden bzw. es in deiner Schulzeit gab. Überlege dir, welche weiteren Maßnahmen du an deiner Schule einführen könntest bzw. dir geholfen hätten. Viel Freude und Vergnügen!